Mehr Autarkie für deine Kundinnen und Kunden mit Eigenverbrauchsoptimierung. Ein gutes Energiemanagement sorgt dafür, dass möglichst viel selbst erzeugter Strom auch selbst genutzt wird. So machen sich Haushalte unabhängiger und senken spürbar ihre Stromkosten. Mit Photovoltaik und Batteriespeicher, entweder als separaten Systemen oder in einem hybriden Gerät, wird überschüssiger Sonnenstrom gespeichert und dann genutzt, wenn er gebraucht wird. Zum Beispiel abends oder bei schlechtem Wetter. Die Vorteile für deine Kundinnen und Kunden sind geringere Stromkosten, mehr Unabhängigkeit und zusätzliche Erlöse durch Einspeisung. Ein E-Auto ist oft der größte Stromverbraucher im Haus, aber auch besonders flexibel. Mit einem HEMS kann es automatisch dann geladen werden, wenn die Sonne scheint. So wird überschüssiger Solarstrom optimal genutzt. Das HEMS verteilt den Solarstrom auch gezielt an die Heizung, wenn die PV-Anlage viel erzeugt oder Strom gerade günstig ist. Thermische Speicher wirken wie Batterien. Sie speichern Wärme, die später genutzt werden kann. In der Benutzeroberfläche können individuelle Prioritäten gesetzt werden. Soll zuerst das Auto geladen werden oder lieber der Warmwasserspeicher? Das System passt sich automatisch an für maximalen Eigenverbrauch ohne Komfortverlust. Eigenverbrauchsoptimierung bildet die Grundlage eines Home Energy Management Systems. Sie ermöglicht Einsparungen von bis zu 340 Euro jährlich. Je mehr Geräte eingebunden sind, desto höher die Ersparnis. Für noch mehr Kostenvorteile wird die Eigenverbrauchsoptimierung mit weiteren Funktionen kombiniert, etwa mit dynamischen Tarifen. Diese Kombination stellt sicher, dass Endkundinnen und Kunden ihren selbst erzeugten Solarstrom jederzeit optimal nutzen und ihre Geräte zuverlässig den gewünschten Ladezustand erreichen, ohne den Nutzungskomfort zu beeinträchtigen. Abonniere unseren neuen YouTube-Kanal für Installateure mit Tipps, Einblicken und Praxiswissen rund um HEMS. Oder kontaktiere uns direkt über den Link in den Kommentaren.